Motorola präsentierte in diesem Jahr in Barcelona keine wirklich neuen Smartphones oder Tablets. Stattdessen zeigte man Moto Active, einen Sportcomputer für das Handgelenk, inklusive MP3-Player, UKW-Radio und GPS-Empfänger. Außerdem wird die Pulsfrequenz überwacht. Moto Active soll es in zwei Varianten geben, eine mit 8 und eine mit 16 GB internem Speicher. Der Touchscreen misst 1,6 Zoll in der Diagonale und wird von Gorilla Glass geschützt. Musik lässt sich wahlweise über das beiliegende kabelgebundene Headset genießen oder über einen optionalen Bluetooth-Hörer. Darüber hinaus können auf Wunsch eingehende Anrufe und Textnachrichten an Moto Active weitergeleitet werden. Über eine integrierte Micro-USB-Buchse lässt sich der kleine Quader mit dem PC verbinden. Auf dem Portal motoactive.com können die Daten auf Wunsch archiviert und analysiert werden. Dazu gehört neben Herzfrequenz und Kalorienverbrauch auch die zurückgelegte Strecke, die das Gerät automatisch per GPS dokumentiert. Als Clou merkt sich Moto Active, bei welchen Songs der Puls am meisten auf Touren kam und legt von diesen automatisch eine Playlist an, die dann bei Bedarf für extra Power sorgt. Das Gerät soll in Kürze verfügbar sein, also ab März oder April. Einen Preis für Deutschland hat Motorola nicht genannt, er dürfte aber um die 180 respektive 220 Euro liegen. Daneben präsentierte Motorola ein neues Feature für alle Einsteiger- und Mittelklasse-Handys namens Moto Switch, hier demonstriert auf dem Moto Lux. Das Tool stellt wichtige Funktionen in einem Cluster dar. Je häufiger benutzt, desto zentraler und größer. Dasselbe Prinzip findet auch beim Telefonbuch Anwendung. Ob Moto Switch in der Praxis wirklich eine Hilfe darstellt, wird man allerdings erst im tatsächlichen Einsatz feststellen können. Das Tool ist ein neues Feature für alle Einsteiger-Handys.